Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Rising. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und müssen erstmal hier vorne weiter. Ich nutze die ganze Zeit die falsche Taste für den Sprint. Ich nutze die ganze Zeit den Ninja Modus. So. Statt der Ninja Lauf. Hier ist aber auch gar nichts. Ja, wir sind hier zuletzt stehen geblieben, haben einen riesigen Gegner besiegt gehabt und müssen jetzt irgendwie hier weiter. Ich glaube tatsächlich, dass hier oben was war. Aber das ist jetzt auch zu spät, weil wir ja schon wieder zur Cutscene angelangt sind. Okay. Ja, wir haben Zeit, im Hinterher zu rennen. Also, das ist jetzt eigentlich nur dafür da, damit wir lernen, ein bisschen mit dem Ninja Lauf umzugehen. Also einfach R2 gedrückt halten, was jetzt nicht so schwer ist. So, hier können wir nochmal durch. Komm schon. So. Hopps. Hey. Okay. Hier bin ich, glaube ich, öfters gestorben. Aber erst bei einer späteren Szene. Okay, let's go, Baby. Wir weichen erstmal aus und finden heraus, was sein Pattern ist. Sehr schön. Okay, also Schüsse. Au, ich wollte gerade springen. Aber das wäre zum Beispiel noch ein Modus, wo ich ihn töten könnte oder angreifen könnte. So, Vorsicht. Wir brauchen kein Blade-Mode. Sehr schön. Okay. Zack, 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 zack. Wir versuchen das obere da irgendwie zu schnüppeln oder das untere hier. Sehr schön. Also, ich könnte mit der Maus wesentlich präzisere Schläge setzen. Aua. Gibt es eine Möglichkeit aus... Ja, so könnte ich ausweichen, oder? Okay. Was passiert jetzt? Okay, gut. Damit können wir leben. Aua. Ich darf das nur nicht anschlagen. Gut. Au. Kannst du mal aufhören? Das nervt. So. Noch mehr. Kein Geschütz mehr für dich. Oh, vor allem ich habe meinen Kling-Modus losgelassen. Ich Idiot. Ich muss den gedrückt halten bei sowas. Okay, tut mir leid, Leute. Ich bin einfach gestorben, weil ich nicht... Wow. Wow. Ich bin einfach gestorben, weil ich nicht springen konnte. So, ich muss einfach das hier gedrückt halten und dann entscheiden, wohin. So. Perfekt. Jetzt hat er keine Hände mehr. Na, wie fühlt sich das an? So. Bei dieser Stelle bin ich so oft gestorben. Ich weiß einfach nicht, wieso. Und ich hoffe, es passiert mir nicht im Let's Play. So. Genau. Wenn ich einmal in die Mitte gehe zum Strahl, bin ich einfach tot. Seht ihr das? Das heißt, ich muss die ganze Zeit außen bleiben. Raiden. Okay. So. Wow. Und das ist schon wieder so eine dumme Sache. Woher soll ich denn wissen, dass ich irgendwie nicht links laufen darf, weil da so ein Runtersturzteil ist? Das weiß man halt einfach nicht. Das ist so... Keine Ahnung. Also, mir gefällt dieses Design von diesem Level an dieser Stelle halt einfach nicht. Aber das ist in Ordnung. Ich weiß ja jetzt, dass ich etwas weiter rechts lang laufen muss. Also, man kann es halt auch nicht mal sehen. Gosh. Ja, und was hätte ich da machen sollen? Mich ducken. I don't know, Leute. I don't know. Das ist halt echt ein bisschen retarded, was hier passiert. Okay. Wir können halt auch keinen Modus reingehen, wo wir irgendwie Zeit stoppen oder sowas. Hä, wie duck ich mich da denn? Hä? Okay, Leute. Tut mir leid dafür, aber es gibt halt keine Möglichkeit, sich zu ducken. Was ist das denn? So, ich schaue mal ganz kurz jetzt am Anfang schon alle Tasten, was ich machen kann. Wow. Okay. Okay. Easy peasy. So, perfekt. Das ist halt echt ein bisschen dumm. Boom. Zack. Dieser typische Move. Immer wenn man das Schwert wegsteckt, dass das halt dann kaputt geht. Gut. Damit haben wir auch schon wieder einen B-Rang bekommen. Und kriegen noch eine Cutscene. Yeah. Davon haben wir ja nicht genug. Okay. Okay. Oh, fuck. Okay. The hell? Dammit. Damn it. Hey. Whoa. Okay. Hey. Oh, fuck. Hey, was kann einer auf der Zugfahrt erwarten? Natürlich keine Gegner oder so. Never ever, die gibt es hier nicht. So. Der Heli ist mir erstmal egal. Denk ich mal. Okay, und da vorne haben wir erstmal einen Gegner. So. Too little too late, Hero. I won't be needing my little seal here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, Technologie, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying. Give war a chance. No. Outta my way! Ich mag Sam's Design tatsächlich. Das ist echt sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. So, wir lassen uns tatsächlich extra ein bisschen treffen. Ja, gg. Und wir können halt hier nicht raus gerade. Nein. Meine Zahn ist eine Art von Justizien. Das war's für heute. 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 Das ist was passiert, wenn du ein Tool in eine Sord-Fight gebracht hast. Es ist vorbei. Ha 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 ha! Glückwunsch! Kept ihr waiting, ah? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einfach dauerhaft, das ist richtig schlimm So, wir haben Kampfrang B bekommen Wie ist es, Trader? So far, so good I've got a clean visual A direct feed to your optic nerve Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel To fly like a bird Like a bird strapped to a remote control rocket We will get you in safely, Duvarich And extract their fluids They're terrorists I was planning on that anyway Oh, and their left hands, if you please Excuse me The combat data stored on holographic memory Typically located in the left hand That data is very valuable I am authorized to offer you upgrades And services in exchange for it How generous Ich liebe Kapitalismus Had the world come down a few years earlier I would have a Nobel Prize on my shelf There, I see land No activity at the airbase Looks like we don't need to worry about interceptors Great Then we have time for a quick brief I know you miss me, Cap But I've been all over the materials That's what you said before Montenegro Look, just humor me, buddy Objectives, of course, are enter Abkhazia Neutralize the terrorists And restore the rightful government Or what's left of it, anyway The president and most of the cabinet have been killed And a military junta has been established The terrorists brainjacked all the high-ranking officers And their cyborgs scattered the rank and five The few leaders who have survived Have no way of openly opposing the new regime That's why they called us Andrei Dolceith Leader of the Occupation Forces An extremist Linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 And last year's terrorist spree in Georgia And his arms supplier None other than Desperado Enforcement LLC Inmani's killers If we don't stop them here They could destabilize the entire region But our more immediate problem Is Jetstream Sam I believe you've met The only problem I see Is that nickname I've got my enhancements this time He won't be an issue He may not even be in country But keep an eye out, Justin Oh, sorry Ready for insertion 前方 Ready for a soul See you can't do that Oh, sorry Is that nickname Oh, yeah. So, okay, also, ich wollte einfach nur sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tut mir leid, dass das so Cutscene orientiert ist momentan noch, aber demnächst wird es sich ein bisschen ändern, also es wird mehr Gameplay kommen. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, deswegen haut raus und bis demnächst. Ciao!